Einer der Leidtragenden, der kambodschanische Regierungschef Hun Sen, hat heute Morgen um 11.41 Uhr auf Twitter geschrieben, Leute, lasst die Hände weg von Streubomben. Wir hatten Ende der 60er, Anfang der 70er in Kambodscha und Vietnam diesen schrecklichen Krieg, den Überfall der USA. Aber heute noch leiden wir unter den Streubomben, schreibt Hun Sen, der kambodschanische Regierungschef, und appelliert an die USA, nicht Streubomben nach Kambodscha zu liefern. Und er sagt, ihr in der Ukraine werdet auch unter diesen Streubomben leiden, denn die werden noch rumliegen in Jahrzehnten und Kindern die Beine wegreißen. Also, ich will da nur darauf hinweisen, diejenigen, die einerseits sich sehr human geben mit der Regenbogenfahne, mit dem Pride von LGBT, die sind genau diejenigen, die jetzt eine neue Eskalationsstufe einleiten. Und darüber möchte ich meinen Gast, den früheren Top-Spion Topaz, also Rainer Rupp, fragen. Rainer, wir sind ja seit Jahren per Du. Wie ist nach deiner Lage A, das einzuschätzen? Werden die Russen sich provozieren lassen zu einem taktischen Atomschlag, also sich dann quasi auch in der Weltöffentlichkeit ein Unrecht setzen lassen? Und wie ist nach deiner Sicht der Frontverlauf? Also, bevor man auf so einen taktischen Atomschlag zu reden kommt, würde ich erst einmal sagen, die Tatsache, dass die Ukraine so wild darauf ist, Streubomben gegen ihr eigenes Territorium, im Grunde genommen gegen ihre eigenen Menschen einzusetzen, ist natürlich auch ein sehr wichtiger Aspekt in dieser ganzen Gleichung und zeigt die menschenverachtende Weise, wie die ukrainische oder das Zelensky-Regime, sollte man eher sagen, nicht ukrainische Regierungen, dass das Zelensky-Regime hier operiert, nämlich absolut rücksichtslos gegenüber der eigenen Bevölkerung. Dann natürlich werden jetzt die Streubomben wieder als neue Wunderwaffe, westliche Wunderwaffe gehandelt, mit der die Ukraine nun doch noch, naja, von Gewinnen ist eigentlich nicht mehr so die Rede in den westlichen Medien. Jetzt geht es nur noch darum, Stand zu halten. Auf jeden Fall werden diese Streubomben, also nochmal um zu erklären, in einer 155 Millimeter Granate, von denen die Amerikaner genügend haben, als Hülle noch, nicht mehr sonst, nämlich als normale Munition nicht mehr, aber von diesen Streubomben-Versionen, das ist die einzige Munition, die die Amerikaner noch in ihrem Munitionsschrank haben, in diese, in eine solche 155 Millimeter Granate gehen etwa 72 kleine Bömmchen, die können entweder ausgerichtet sein, sogar gegen gepanzerte Fahrzeuge, also einen schweren Panzer werden sie nicht vernichten, aber leicht gepanzerte Fahrzeuge oder gegen sogenannte Weichziele, und unter Weichziele, das ist so ein militärischer Euphemismus für Menschen, also speziell für, für, gegen Soldaten. In, wie ich schon gesagt habe, die neuen Wunderwaffen, die westlichen Wunderwaffen, ob es nun die Flugabwehrraketen waren, ob es, ob, alles sollte ja neu sein, und, und die, ich kann die jetzt gar nicht alle aufzählen, und alle sollten die Wende bringen, beziehungsweise der Ukraine den Sieg, und alles hat sich in Luft aufgelöst. Selbst die, die britischen Storm Shadow Raketen, das Beste, was die Briten da zu liefern hatten, die nach drei Tagen hatten die Russen heraus, wie man die mit ihrer superben Luftabwehr, die sie hier haben, abschießt. Also drei Tage im Feld hat es gedauert, und die Russen wussten, wie man diese Dinge abschießt. Also von daher, alles hat bis hier nicht gewirkt. Natürlich sterben auch russische Soldaten dabei, aber an einen Sieg in der Ukraine, auch mit Streubomben, ist nicht mehr zu denken. Und eine Granate kann natürlich ein ganzes Fußballfeld mit diesem, also ein Territorium so groß wie ein Fußballfeld mit diesen 72 kleinen Bömmchen da abdecken. Und natürlich sagen uns die Medien und auch das US-Außenministerium, diese neuen Streubomben sind ganz sicher die Fehlerrate, die liege da nur bei 2,5 oder 2,4 Prozent. Also die also nicht explodieren und dann warten, dass irgendwann mal ein Kind sie aufhebt oder mal jemand mit dem Fuß da dran stößt und dann sein Bein oder mehr verliert. Das ist laut dem Pentagon, kann man übrigens in der New York Times vom 7. Juli, das heute haben wir, ja also von vor zwei Tagen, können wir das nachlesen in einem langen Artikel zu dieser Streubomben-Munition. Das Pentagon widerspricht diesem, denn alles was neu ist und sicher ist die Hülle. Die Streubomben selbst, diese Bömmchen, die stammen eigentlich noch aus der Zeit oder zumindest in der Mehrzahl noch aus der Zeit des Irakkrieges, wurden dort nicht verwandt. Und die haben eine Fehlerrate von 14 Prozent. Und das ist laut der US-Militärs inakzeptabel. Aber für die Ukraine ist es immer noch gut genug. Wie gesagt, schlimm genug, wenn die US-Militärs den Ukrainern sowas liefern. Noch schlimmer ist es, wenn das Zelensky-Regime sowas im Grunde genommen auf die eigene Bevölkerung loslässt. 14 Prozent von diesen Dingern liegen dann da rum. Also wenn Sie an Sieg denken, dann haben Sie natürlich das Problem, was der kambodschanische Hunzen gerade gesagt hat. Dann haben Sie das Problem. Ja und wie gesagt, die russische Gegenoffensive, die ja kommen wird, denn die ukrainische Offensive läuft sich ja tot, bringt nichts mehr, haben keine Munition mehr. Ihre ganze Strategie... Nein, Herr, kannst du ein bisschen lauter reden? Das kommt vielleicht nur mir so vor, aber... Ja, okay, ich versuche es dann. Ich versuche euch da... Näher ans Mikro. Bitte? Näher ans Mikro vielleicht auch. Näher ans Mikro. Dann schauen wir mal. Und laut. Ist das schon besser? Ja und noch lauter, genau. So, auf jeden Fall. Wo war ich? Ach ja, also bei dieser Streumunition. Die wird den Lauf der Dinge nicht verändern. Es wird nur den Krieg noch länger hinauszögern und noch mehr Leben von Russen, allerdings noch weitaus mehr Leben von Ukrainern fordern. Denn nach wie vor ist das Verhältnis dort, liegt bei ein toter russischer Soldat, kommt auf sieben oder je nachdem, welche Region, auf zehn tote ukrainische Soldaten. Und dieses Verhältnis hat damit zu tun, dass mittlerweile die ukrainische Armee, um ihre Panzer noch zu sparen und die westlichen Waffen noch zu sparen, mittlerweile ihre Soldaten ohne Panzerschutz, ohne irgendetwas einfach nackt praktisch, nur mit Maschinengewehr oder Maschinenpistole oder Gewehr bewaffnet, gegen die russischen Reihen vorschickt. Und die werden natürlich, bevor sie überhaupt in Schuss weiterkommen, von der russischen Artillerie zerstört. Sodass also hier ein tagtäglich ein schreckliches Gemetzel stattfindet. Im Durchschnitt etwa 1000 Tote auf der ukrainischen Seite. Ja, Streumutition hin oder her, daran wird sich nichts ändern. So, apropos Nuklearwaffen. Natürlich muss man immer wieder, und darauf haben die Russen auch immer wieder hingewiesen, bei dem Einsatz von Nuklearwaffen, und hier wird natürlich an taktische Nuklearwaffen gedacht. Es gibt da Einsatzdoktrinen, die ähneln sich zum Beispiel Frankreich, Großbritannien, Russland, haben ähnliche oder weitaus gleiche Einsatzdoktrinen, nämlich Nuklearwaffeneinsatz nur als Ultima Ratio. Also wenn die Existenz des Staates in seinen Grundfesten bedroht ist. So, das heißt nicht, wenn mal irgendein russisches Territorium, ein paar Quadratkilometer oder zig Quadratkilometer mal besetzt werden, das nicht, sondern wenn die Existenz des russischen Staates bedroht ist, dann wird zu Nuklearwaffen gegriffen. So, Frankreich, England genauso groß. Die Amerikaner haben hier ihre Nuklearwaffendoktrinen erweitert. Die haben den Einsatz von taktischen Nuklearwaffen vorgesehen, wenn sie ihre militärischen Ziele mit konventionellen Waffen nicht erreichen können, beziehungsweise zu hohe Verluste erwarten. Mit anderen Worten, die gleiche Argumentation wie schon damals, schon 1945, zum Einsatz von Nuklearwaffen auf Hiroshima und Nagasaki geführt hat. Denn damals wurde ja auch gesagt, um Japan zu erobern, also mit konventionellen Waffen, das würde zu viele amerikanische Soldatenleben erfordern. Und deshalb müsste man den Japanern zeigen, dass man die ultimative Waffe hat und die sich dann ergeben würde. Also ähnliche Argumentation bei amerikanischen Abenteuern rund um die Welt. Wenn sich jemand zu stark wehrt und den Amerikanern zu viele Verluste zufügt, muss er laut amerikanischer Nuklearwaffendoktrinen damit rechnen, eventuell mit taktischen, also Mini-Nukes angegriffen zu werden. Also das ist eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, hier sind die Amerikaner, also hier, oder amerikanische Schreiberlinge, hier den Russen sowas vorwerfen. Dann übertragen sie ihre eigene kriminelle Denkweise auf die Russen. Das existiert auf russischer Seite nicht. Ja, Rainer, dann erst mal zu dem Block, den wir jetzt besprochen haben, Streubomben, zu dem Frontverlauf. Das danke ich dir sehr für die inhaltsreiche Argumentation. So merkwürdig es klingt, der Oberstrichter, Wolfgang Richter von der Bundeswehr, den wir vor 14 Tagen dabei hatten, obwohl er einen ganz anderen Ansatz vertritt und OSZE-Koordinator für die Bundesregierung früher war, ranghoher Militär der Bundeswehr, argumentiert nicht ganz abweichend zu dem Strang, den du intellektuell und auch empirisch verfolgst. Jetzt zu dem vielleicht etwas gewagten Spagat, den einige meiner journalistischen Kollegen und Freunde vertreten, dass es durchaus zwischen dem Gendern und dem harten Kriegskurs der NATO einen Zusammenhang in dialektischer Weise gibt, also in widersprüchlicher Weise. Das heißt, die Harten, die den Krieg befürworten, die an den Aktienkursen der Rüstungskonzerne hängen, ummänteln sich mit dem Weichen, mit dem Warmen, mit dem Regenbogenfarbenen und engagieren sich für die LGBT-People. Das soll nicht heißen, dass wir nicht auch aufgerufen sind, wirklich Minderheiten, wie auch zum Beispiel intersexuell geboren oder auch tatsächlich Menschen, die dann später ihr Coming-out hatten, solidarisch zur Seite zu stehen, wenn sie irgendwie polemisch oder bösartig angegriffen werden. Das werde ich auch in Zukunft, auch wenn ich glaube, dass die Homophobie längst ihren Zenit überschritten hat, machen, wenn Schwule angegriffen werden. Da habe ich mal eine ganze Schallplatte für Schwulenrechte gemacht, das ist aber 30 Jahre her. Heute, wo es nichts mehr kostet, dann mute ich, sich hinter den fahrenden Zug zu werfen, bei manchen Journalisten, die uns früher noch verfolgt haben, wenn wir kritisch mit der Homophobie, aber auch genauso mit dem Faschismus, aber auch genauso mit dem Krieg der NATO umgegangen sind, die diese Journalisten, die damals auf der ganz anderen Seite gestanden haben und heute ihr Herz für die Minderheiten entdeckt haben, denen werfe ich Bigotterie und Heuchelei vor, weil es heute eben nichts mehr kostet. Aber ist, Rainer, vielleicht doch dazwischen ein Zusammenhang? Wir haben das beim letzten Donnerstag, nee, Freitag, ausgiebig diskutiert, wie, und Jenny Farell wird auch sicher gleich noch was dazu sagen, wie könnte eine Beziehung bestehen, zwischen dem sich so minderheitsfreundlich geben und gleichzeitig überall auf der Welt, wo es Widerspruch gegen die NATO, wo es Widerspruch gegen das Pentagon gibt, mit brutalstmöglichen Mitteln draufzuschlagen? Ja, wie gesagt, ich bin kein Genderspezialist. Ich habe auch in meinem Leben mit Schwulen zusammengearbeitet und ich habe da nie irgendwelche Probleme mit gehabt und wäre der Letzte gewesen, der ihre Rechte nicht verteidigt hätte. Aber das, was, wenn man mir all diese Aspekte jetzt dauernd unter die Nase reibt und ja, du musst, du musst und wenn du nicht für uns bist, siehst du gegen uns, das geht mir auf, naja, das ist mir zu viel. Insgesamt würde ich höchstens dazu sagen, Das ist Teil der Teile-und-Herrsche-Strategie der Herrschenden. Es geht dabei nicht nur um Gender, sondern um Klima, um all diese Dinge, um der weiteren Atomisierung der Gesellschaft. Die teilen immer kleinere Grüppchen, die sich identifizieren dadurch, in dem sie sich von anderen unterscheiden, anstatt wie das früher mal in einer solidarischen Gesellschaft war, dass man sich identifiziert da in den Aspekten, die man gemeinsam hat und für die man gemeinsam kämpfen kann oder kämpfen will. Aber ich sehe das halt eben nur als Teil, also als absolut scheinheiliger Teil, dass man sich dann hier präsentiert, dass man zu Minderheiten unterstützt, lieber unterstützt dies oder jenes und so weiter. Aber im Endeffekt wird die Gesellschaft nur weiter atomisiert und du hattest vorhin von Krieg zwischen den kleinen Leuten gesprochen, also im Grunde genommen ist das genau das, ich drücke das nur etwas anders aus, aber es ist im Grunde genommen dasselbe, was du da gesagt hast. Inwiefern das nun Teil des Krieges insgesamt ist, das kann ich nicht beurteilen. Ich würde das höchstens als ein Teil des Herrschersystems sehen und damit diese Leute Krieg führen können, damit diese Leute ihre Dominanz behalten. Das Problem ist, was ich jetzt jedoch sehe, ist, dass sie zunehmend nervös werden, immer nervöser werden, weil der Krieg in der Ukraine nicht so läuft, wie sie sich das gedacht haben. Der Wirtschaftskrieg gegen Russland ist total umgekehrt gelaufen. Russland hat keine ökonomischen Probleme, der Westen hat ökonomische Probleme, Russland hat weniger Inflation, weitaus weniger Inflation mittlerweile als im Westen, selbst in Deutschland war es weniger. Die russische Wirtschaft wohnt, in Europa und in den USA gibt es große Probleme. Rundum wissen wir alle, brauchen wir gar nicht groß in die Details zu gehen. Militärisch funktioniert es nicht und politisch ist Russland ja auch nicht alles andere als isoliert. Gegenteil, hier hat hier durch diese russische Initiative, die hat etwas losgetreten weltweit, in der sich immer mehr Länder nun Anträge stellen, entweder bei BRICS oder Shanghai Kooperationsorganisationen Mitglied zu werden und sich hier ein Gegengewicht, nicht nur ein Gegengewicht, denn wenn man alleine die Bevölkerung zählt und aber auch das Bruttoinlandsprodukt dieser Gruppierungen, dann wird der kollektive Westen sehr, sehr mager auf einmal aus. Und wenn es dann auch noch militärisch wird, dann ist die Situation, wie ich schon sagte, die Musitionsschränke nicht nur in Europa sind leer, sie sind auch in den USA leer. Die USA ist betteln gegangen rund um die Welt. In Afrika haben sie versucht, bei ehemaligen Ländern, bei Ländern, die früher von der Sowjetunion unterstützen, um noch 155er Granatmunitionen zu kaufen und zu betteln, um ihnen die Ukraine zu liefern. Es bringt nichts. Die neuen Waffen, die sie geliefert haben, bringt auch nichts. Und jetzt ist eine Geschichte, ein Top-Manager, Top-Manager der US-Rüstungsindustrie, 50 Jahre Erfahrung, unter anderem in verschiedenen hohen Regierungspositionen, unter anderem auch als stellvertretender Minister im Pentagon. Der hat also 50 Jahre Erfahrung in all diesen Positionen. und der hat jetzt einen Artikel in Asia Times geschrieben. Wie heißt der? Wie heißt der? Dr. Brian. B-R-Y-E-N. Im Artikel in Asia Times. Ich habe einen Artikel dazu, ist heute auf Russia Today von mir veröffentlicht worden. Kann man da nachlesen. Er hat geschrieben, dass im Grunde genommen jetzt für den Westen nur noch eins bleibt. Entweder muss der Westen und die NATO komplett für die Zukunft komplett ihre Strategie ändern. Das, was sehr, 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 sehr viel Geld kostet. Und er hat auch geklärt, warum. Oder, und hier, ich lese mal vor, oder die, ich lese vor, die Quintessenz, schreibt er dann am Ende, die Quintessenz ist, dass die Strategie der NATO überarbeitet werden muss. Oder, dass alternativ die Europäer und Russen eine für beide Seiten akzeptable Sicherheitsvereinbarung ausarbeiten müssen. Es ist genau eine solche Vereinbarung, schreibt er weiter, die Russland der NATO im Dezember 2021 vorgeschlagen hat. Sie wurde aber ohne Diskussion vom Westen abgelehnt. Das hätte man alles haben können, ohne all die Hunderttausende von Toten in der Ukraine. Also, das ist einer der Top-Leute, die einsehen, das geht nicht so weiter. Zur selben Zeit ist jetzt, vorgestern ist herausgekommen, dass eine Gruppe aus dem Mainstream, aber aus dem konservativen Mainstream, die nicht den Boden zur Realität verloren haben, die sehen, wie schlimm es um die militärischen Kapazitäten der NATO aussieht in der Ukraine. Die hatten Lavrov eingeladen, als er im April in New York zur UNO war. Das war eine Geheimkonferenz, wusste niemand was davon. Jetzt wurde das durchgestochen an die Medien und NVC hat vor zwei Tagen darüber berichtet. Und der Einladende war der Chef des Atlantic Council. Das ist diese Gruppe, die seit Jahrzehnten die einflussreichsten Influencer der amerikanischen Außenpolitik sind. Die vom Pentagon oder vom Weißen Haus dann mal wieder geparkt werden in einen Think Tank und dann wieder im Weißen Haus oder sonstige noch aber anflussreichen Positionen sind. Und auch die sehen, es geht nicht weiter so. Und sie versuchen hier Wege zu finden, mit Russland wieder ins Gespräch zu kommen. Was natürlich Deutschland alles ablehnt. Ich sehe, also wir haben nicht die Zeit, das hier alles auszudiskutieren, aber ich sehe eine Entwicklung hier, dass es für die Amerikaner und also diese Tendenz immer stärker wird. Man sieht an der selben Zeit, dass Biden immer stärker angegriffen wird, auch aus der eigenen Partei. Sodass hier auf einmal wir da in einer Situation stehen, wie in Afghanistan, dass die Amerikaner, so wie in Afghanistan, auch die Ukraine wie eine heiße Kartoffel fallen lassen. Und dann stehen hier die Europäer da und halten dieses hässliche Nazi-Kind, Babykind in den Armen und wissen nicht, wie es weitergeht. Also diese Entwicklung sehe ich. Soweit, Rainer Rupp, herzlichen Dank. Früher Topspiel. Wie lange hast du im Knast gesessen, Rainer? Sieben Jahre. Sieben Jahre. Zu zwölf Jahren verurteilt. Zu zwölf Jahren verurteilt, dann vorzeitig, wegen guter Führung wahrscheinlich, wie ich dich kenne. Nein, wegen guter Führung hätte ich nach einem halben Jahr schon mit Halbstrafen. Genau. Mit Halbstrafen. Aber da ich meine Tat nie bedauert habe, konnte man keine Halbstrafe nehmen. Ja. Also Rainer Rupp, unter dem Spionnamen Topaz, der Topspion in der NATO gewesen. Also Rainer Rupp, der Top-Spion in der NATO gewesen.